Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Hallo Karin, du wolltest eine Probe von deiner Tanki. Die ist jetzt noch nicht fertig gestimmt, wird auch noch lackiert. Hier sieht man mal, wie so ein Ding dann aussieht, bevor es lackiert ist. Und dann gibt es eine kleine Klangprobe. Die andere Seite. So, wie gesagt, die ist noch nicht fertig gestimmt. Das hört sich nachher noch ein bisschen klarer und reiner an. Ja, wer Interesse hat, www.stephans-tankies.de und Karin nicht mehr lange, dann ist sie fertig. Bye!